Dass Peter noch beweisen muss, fällt Uwe und Manni leicht. Showtime in Darnbach. Die Brüder fallen mit ihren zwei lärmenden Spaßmobilen auf dem Hof der Autoverwertung ein. Na gut, da war's mitgebracht, was? Das ist ein Geschoss, hier hat er mal Spaß. Rüssig Spaßgerät. Ah, klasse, ist das ein Gerät. Das ist genauso ein Gerät hier. Hey, Uwe, das bisschen Regen hier macht nichts aus. Ein Biker macht das nicht aus. Beinhard wie ein Rocker, beinhard wie ein Zocker. Das sind die Jungs mit dem Quarz und dem Blei. Das sind geile Kisten, die sehen aus. Spitze. Das sind richtige Spaßgebile, wa? Der ist aber sehr wendig, der Quad. Oh, mit der hier ist genauso, der geht wie ein Pkw. Tofte Maschinen. Klasse. Aber ich hab nicht von Freiheit und von Lust und Spaß geredet, wenn ihr den Regen hier mitbringt. Peter, bis morgen kannst du schon trocken sein. Bis morgen kann es ja. Hart wie ein Rocker, hart wie ein Zocker und Gas geben und das Regen, das merkt man nicht mehr dann. Geiler Motor. Ein Käfer, Jungen. Einspritztechnik, Katalysator, GK, elektronische Erzündung. Ja, den Katalysator haben wir da, original, Uwe. Tuffte Maschine. Das ist ein Spritzzeug. Ist das nicht für dich, du? Ja, geiles Ding. Ah, geiles Ding, oder? Ja. Ich will nicht alle Bremse greifen, Peter. Immer die Bremse loslassen, Peter, du musst auf Bremse. Geil! Überleg mal. Romantik pur. Sport. Sportlich. Da hinten ist wie ein Rocker. Für mir. Ich hab die Figur gemacht. Ich hab die einem Fett los.